Diese Geschichte basiert auf tatsächlichen Begebenheiten aus dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Josef. Nun spreche ich zu dir, mein Letztgeborener. Du bist die Frucht meiner Lenden. Und ich bin ein Abkömmling Josefs, der nach Ägypten in die Gefangenschaft verschleppt wurde. Der für den Pharao Träume deuten konnte. Ja. Und du trägst seinen Namen. Josef hat wahrhaftig gesagt, So spricht der Herr zu mir. Einen erwählten Seher werde ich aus der Frucht deiner Lenden erwecken. Und er wird groß sein, gleich wie Mose. Und ihm werde ich Macht geben, mein Wort für die Nachkommen deiner Lenden hervorzubringen. Und so hat Josef prophezeit nämlich, er wird mit Namen nach mir benannt werden, und es wird nach dem Namen seines Vaters sein. Und durch die Macht des Herrn wird er mein Volk zur Errettung führen. Das war die Schlage. Ich bin jemanden von meinem hat. Ja. Ich bin jemanden von ihm, der Insel hat. Ich bin thema und empfiehlt. Oder ist er, das ist scheitbar. Ich bin jemanden von ihm, von ihm. Dann, dem wir aus und erleden ihn. Ich bin jemanden von ihm. Danke für dich. Sch06 in die Insel be будет. Ich bin jemanden von ihm. Ja, sie sind ja.